Taisha kommst du? Handy? Jetzt bin ich gerade in der U-Bahn und Kevin will spielen Also dann müsste er immer den linken Joystick durchdrücken, um den Boost zu aktivieren Also draufdrücken Naja, durchdrücken Welches Auto ist da gut? Es gibt nur den, Kevin hat halt leider keine getunten eingemacht Mit Absicht Keiner traut sich zu wetten Ich werde mich gerät werden, das ist immer voll geil Oh fuck Ich werde mich gerät werden, das ist immer voll geil Jetzt steig dich schwer Abonnieren Stütz Sieg Er記得 Sieg Sieg So, hier Gute Sieg 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 Oh, mich hat's gedreht, schön. So eine Strecke hätte nämlich voll an das Trackmania. Ja, Mann. Hey, wo muss ich da lang fahren? War links an der Wand entlang. Jetzt bin ich 100% Ihr müsst ein bisschen an Trackmania denken, Schatz. Ich kann mich da jetzt raus. Auch wieder die Taste gedrückt halten, dass sich zurücksetzt. Die fliegt ja schon wieder runter. Ja, du musst links an der Wand entlang fahren. Willst du Steilwand fahren. Und am besten den Boost aktivieren dabei. Hier musst du die ganze Zeit, immer wenn er wieder aufgeladen ist, alle paar Sekunden den Boost drücken. Die fliegt dann mal wieder runter. Ich bin da nicht so. Oh, Alter. Der hat geschickt. Der Looping, der war richtig knapp. Was ist jetzt, Schatz? Ja. Mit dem G-Tunen hast du schon was da gewesen. Aber, das macht keinen Unterschied. So gut wie keinen. Bei der Boost ist das schnellste, was du hast. Und schneller bin ich, wie er es mit dem anderen auch nicht. Wobei GTA-Rennen und sowas hätte ich halt klar einen Vorteil mit schusssicheren Reifen und sowas. Und Kurvenlage ein bisschen. Oh, jetzt wird es nämlich schon wieder fliegt, ey. Wie viele Runden sind es? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Runde 2. Ich habe nur einen Rekord aufgestellt, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja, ich komme da nicht rüber. Ja, Boost drücken auf dem Joystick auf dem linken. Drauf drücken einmal kurz davor. Leute, ich komme auch nicht mehr rüber. Ja, jetzt bin ich... Am Start. Ja, nee, das ist das erste große. Ja, meine ich doch, beim Start gleich. Was muss ich drücken? Y, oder? Dass ich neu starte. Ja, Y gedrückt halten. Oder du musst in der Luft dann, Taisha, den Boost drücken. Ja, am besten ist... Ich mache es immer so. Weil so kannst du auch... Weil wenn du normal springst, dann fliegst du ziemlich hoch. Und ich tue das Auto erstmal gerade richten. Und tue dann Boost aktivieren. Dann kommst schneller auf und bist schneller. Nein. Ich habe mich gewundert, dann hätte ich ja auch schon was sagen können. Da musst du links die Wand hochfahren, den gelben Streifen, auch mit Boost. Hier ist eigentlich nonstop immer wieder Boost drücken. Da musst du mal eine Kurve machen, das kommt Hammer. Mach ich. Manchmal geht's, da kannst du dann wieder aus dem Drift, dass er sich wieder gerade hinstellt. Wie ist das, Alter... irgendwie schwiegelt gerade nur noch mit unter 15. Ja? Ja. Okay, durchs Aufnehmen wahrscheinlich. Weil bei der euch das bei mir ein Shadowplay aus ist, aber da spiel ich jetzt grad die ganze Zeit mit 95 bis 80. Okay, ich hab ja letztes Mal was umgestellt. Das Grafikkörle stellt und alles. Jetzt bin ich wieder an der scheiß Mauer hängen geblieben, glaubts nicht. Ok, jetzt ist es aber noch eine Idee! Okay, ich bin jetzt mal da. Okay, ich bin schonmal auf,��eni Obse. Okay, ich bin der Neue. Ich hab ja über das, was ich nein? Alter Schatz Alter, wie das aussah, mal geil auf die Rede aufgekommen Ach mein, jetzt kommt Witter nie beendet, ach leck mich Gebt mir nicht mal EP, nur weil ihr so früh ins Ziel alle gefahren seid Alter, so lange und dann nur 6000 Ja, diese Rennen sind echt nur zum Spaß, also verdientust du hier nicht viel Null